Hallo hier ist Christoph von TabTech.de und heute gibt es einen neuen Test und zwar den Test des Microsoft Wireless Display Dongle. Interessantes Gerät gibt es eigentlich schon länger zumindest in den USA jetzt auch bei uns in Deutschland für einen Preis von 69,90 was jetzt nicht ganz so wenig ist aber im Vergleich zu anderen Miracast Dongle bis auf den von Hammer ist das eigentlich ein normaler Preis für solche Geräte die Frage ist funktioniert denn der überhaupt beziehungsweise kann ich mit dem auch wirklich so arbeiten wie man sich das vorstellt es gibt ja generell bei miracast ja immer so die Meinungsverschiedenheiten beziehungsweise auch viele neue TVs haben natürlich auch direkt schon miracast integriert da brauche ich das nicht unbedingt aber wer das noch nicht hat ist es natürlich eine coole Ergänzung ich habe zum Beispiel ein Apple TV mit einem Mac wo ich das perfekt verbinden kann mein Bildschirm wird synchronisiert und da hat mir eigentlich immer das auch bei Microsoft beziehungsweise bei Windows gefehlt aber auch natürlich bei Android und mit diesem Miracast Dongle soll das natürlich mit Windows und auch natürlich mit Android funktionieren die Frage ist läuft denn das jetzt so gut oder ja braucht man das eigentlich jetzt für den Preis nicht kaufen bei dem PTV 3000 waren wir von der Leistung ja zufrieden sag ich mal Problem ist immer die Updates die waren relativ kompliziert zu installieren hier hat man es beim Microsoft Wireless Display Dongle wesentlich einfacher hier ladet man einfach die App aus dem Microsoft Store herunter dann kann man sich hier auch einfach die Aktualisierungen auf den Stick ziehen beziehungsweise man kann auch zum Beispiel den Bildschirm anpassen dass es hier von diesem Scanning auch optimal an die Bildschirmgröße angepasst ist und das jetzt nicht ein zu kleines oder zu großes Bild gibt das passiert nämlich auch das mal sein manches mal wenn man jetzt den Wireless Display Dongle neu installiert aber hier mit der App ist das dann auch kein Problem Installation von diesem Dongle ist relativ einfach man steckt hier den Dongle direkt an den Fernseher plus einen USB Anschluss am Fernseher das heißt dass das ganze auch genügend Energie bekommt und dann kann das ganze eigentlich schon losgehen es dauert nur wenige Sekunden bis das gestartet wird wichtig für alle bei denen das USB Kabel zu kurz ist im Lieferumfang befindet sich neben dem Wireless Display Dongle auch noch eine kleine HDMI Erweiterung so dass man wenn man jetzt den richtigen HDMI Board verwendet normalerweise auch problemlos an seinen USB Board kommt ansonsten bräuchte man vermutlich eine USB Verlängerung was wahrscheinlich kostengünstiger ist als eine kleine HDMI Verlängerung dass man das ganze auch betreiben kann das müsste man sich allerdings alternativ dann vielleicht kaufen bei mir hat es jetzt bei meinen zweiten Geräten bei meinen zwei Geräten problemlos funktioniert mit den Verbindungen die auch im Lieferumfang mit dabei waren für 69 Euro ist das aber eigentlich ein kleines muss wie funktioniert jetzt das Setup ganz einfach ich sehe hier den Startbildschirm und ich sehe hier auch schon den Namen bereit zur Verbindung so unser erster Test war mit dem Sony Xperia Z3 Compact es ging nicht wir haben es immer wieder probiert es stand hier irgendwas mit HTCDP Fehler oder ähnliches wir haben gegoogelt kann ja nicht sein das liegt an Sony mit dem Update auf Android 5.0 sollte Sony ein Workaround bringen wo es dann auch hier mit diesem Microsoft Wireless Display Dongle funktionieren sollte natürlich haben wir nicht nur ein Gerät sondern wir haben zwei Geräte wir haben hier auch das LG G3 und das möchten wir euch jetzt einfach mal vorführen wir gehen hier mal kurz rein wir gehen kurz in die Einstellungen dann gehen wir hier auf Teilen verbinden dann haben wir hier schon den Punkt MiraCast das schalten wir einfach ein klicken mal rein und Microsoft Display Adapter 9 ist verfügbar hier klicken wir einfach auf verbinden da oben werde ich schon erkannt Christoph G3 und dann warten wir kurz bis es verbunden ist und es sollte keine zehn Sekunden dauern bis es wirklich verbunden ist und hier steht auch schon verbunden und ich sehe schon den Bildschirm hier auf meinem Display warum ist das jetzt nur horizontal ganz einfach weil hier jetzt auch das Bild natürlich horizontal ist und wenn ich hier mal raus gehe ich habe jetzt hier leider keinen Homescreen der jetzt mitgehen würde sonst würde natürlich hier auch das Bild umdrehen und ich hätte einen Fullscreen ich kann hier aber dann zum Beispiel ganz einfach mal jetzt ein Video wiedergeben und ich denke das ist eine der Szenarien die am meisten vorkommt dass man jemandem ein Video zeigen möchte was man halt gerade irgendwo am See oder sonst wo aufgenommen hat und wir schauen jetzt mal ein Full HD Video wie das hier so läuft kann man einfach mal auf fortsetzen gehen und was erstaunlich ist meiner Meinung nach ist hier der Delay der ist sozusagen fast nicht vorhanden und generell vom Bild her wir haben hier auch fast nie Probleme gehabt hier wenn wir ein Video angesehen haben ganz ganz selten gibt es bei einem schnellen Bildwechsel bei der Hälfte des Bildes vielleicht so ein Flimmern mit verschiedenen Farben der geht aber mindestens nach einer Sekunde wieder weg also da gibt es eigentlich kein Problem wenn ich jetzt irgendwie nur ein Full HD Film streamen will dann macht sich das hier schon auf Android wirklich sehr sehr gut und das mit einem Microsoft Display Dongle also das ist auch eigentlich von der Kompatibilität her was wir jetzt so nachgelesen haben einer der besten Dongle den man eigentlich für den Preis kaufen kann und generell auch in Bezug auf die Stabilität und so weiter konnten wir jetzt eigentlich auch keine großartigen Probleme feststellen jetzt mal hier wieder raus und ich möchte mal Asphalt 8 ein Spiel starten hier muss man gleich vorab sagen dass wenn man spielen möchte ist natürlich vor allem bei Action spielen sehr wichtig dass hier keine latency ist da sollte man vielleicht nur auf dem Gerät spielen oder mit einem Kabel denn dafür ist es dann ein bisschen zu schwach wenn man die ganze Zeit nur auf dem Bildschirm schaut ich kann jetzt mal hierher gehen spielen und ich starte mal mein Wüstenrennen in Nevada ganz einfach weil wir Las Vegas lieben jedes Jahr die schöne CS und wichtig ist was wir auch machen können wenn wir hier mit einem Windows PC arbeiten beziehungsweise was man damit machen kann was man sich hier erwarten kann das kommt jetzt gleich nach diesem Spiel das möchten wir eigentlich nur mal kurz anstarten ihr seht ihr seht ihr schon wenn jetzt gleich das Bild verschwindet hier ist der Unterschied relativ gering was man dann merkt ist wenn man jetzt auf das obere Bild schaut also sprich auf den Fernsehen schaut und mit dem Smartphone steuert dann gibt es tatsächlich doch einen kleinen Unterschied der ist allerdings so gering dass es doch trotzdem spielbar ist man merkt sich das irgendwie und steuert und schon vielleicht ein bisschen vorher also das ist hier eigentlich so vielleicht für ein Racing Game oder für einfache Games relativ gut zu machen vielleicht bei einem Hit&Run Game wo es auf Präzision geht nicht so gut aber für solche einfachen Spiele kann man das dann doch machen ja ihr seht hier es ist spielbar so und nun möchten wir aber das ganze auch mit dem Microsoft Surface Pro 3 probieren die Verbindung ist auch ganz einfach ich gehe jetzt mal hier beim Smartphone raus schalte hier einfach Miracast aus und ihr seht hier schon ich bin bereit zum verbinden ich gehe hier beim Surface einfach auf Geräte projizieren wenn ich das das erste mal mache muss ich einfach hier dann auf weitere Geräte gehen und hier wird mir dann auch der Wireless Display Adapter angezeigt Verbindung wird hergestellt und voila ich bin eigentlich schon verbunden ich habe das jetzt im Duplicate Modus eingestellt ich habe hier auch den dritten Monitor verbunden wie ihr sehen könnt der geht hier beim Duplizieren aus keine Ahnung warum und ich habe hier jetzt das ganze dann in Full HD ihr seht hier beim Display des Surface das hier ober und unter dem Bild quasi ein schwarzer Balken ist da wir hier ein anderes Seitenverhältnis haben sieht dafür hier auf dem Monitor sehr gut aus und hier ist auch die Latency kein Problem das heißt ich kann hier auch problemlos zum Beispiel Filme wiedergeben gleich wie bei dem Android Devices sogar vielleicht ein bisschen besser meiner Meinung nach als wie auf einem Smartphone kann man natürlich auch jetzt ein bisschen irritieren von der Größe und auch Spiele wie auch genauso hier Asphalt 8 lassen sich hier auf dem Microsoft Surface Pro 3 in Verbindung mit dem Wireless Display Monitor spielen teilweise kann es natürlich sein dass hier der Lüfter anspringt beim Surface Pro 3 da das Gerät einfach ein bisschen mehr Ressourcen braucht vor allem wenn man vielleicht Spiele spielt interessant ist aber wenn ich jetzt hier auf Geräte gehe projizieren und dann das ganze nur auf erweitern dann habe ich nämlich die Möglichkeit dass ich jetzt hier mit meinem Setup drei Monitore gleichzeitig bedienen kann und ich gehe jetzt hier wir sehen hier schon der Surface Pro 3 und auch hier den zweiten Monitor und dann auch noch den dritten Bildschirm mit dem ich in weiterer Folge arbeiten kann und so habe ich wenn ich das gesamte als Desktop Replacement nutzen möchte drei Bildschirme was natürlich auch sehr praktisch ist und hier ist auch wie gesagt schon die Stabilität sehr gut es gibt auch kein Ruckeln oder sonst was und genau so sollte es eigentlich sein das ist auch so ziemlich der beste Dongle den wir bisher bei uns im Test hatten das war's ich sage danke fürs Zusehen mehr Videos gibt es auf tabtech.de beziehungsweise auf unserem YouTube Kanal bis zum nächsten Mal